Yo, servus Leute, was geht ab? Ja, heute in dem Video zeige ich euch, wie wir den R36S updaten können. Sowohl per MicroSD-Karte hier neben auf der Seite, wo das Betriebssystem drauf ist, oder tatsächlich auch über Wifi, weil wir haben ja hier Typ C und können dann jeden Dongle anschließen und können dann, wenn wir erstmal auf einer aktuellen Version sind, das Betriebssystem dann ohne Probleme updaten, so dass ihr nicht jedes Mal ständig die Karte raus, rein machen müsst und so weiter und so fort. Das werde ich euch dann auch noch zeigen, denn ich habe schon versucht, wie man hier sieht, per Wifi das Betriebssystem abzudaten, aber bei mir ist es vorher mehrfach abgestürzt. Ich habe die Konsole ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und jetzt haben wir das Problem hier. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen, wie wir das denn auch beheben können, was wir denn da machen müssen, dass das dann auch wieder weg ist und dass ihr das Betriebssystem normal updaten könnt. Übrigens im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie wir denn auf jeder Emulation bzw. jeder Konsolenart, die hier drauf ist, ein Game starten werden und werden das einfach dann mal testen, wie denn die Performance ist quasi im Performance-Modus oder auch im Stromspar-Modus, was hier denn tatsächlich da bei dem Gerät denn funktioniert. Ja, da gibt es ja diverse Einstellungen, die man machen kann und wie dann halt auch die Spiele laufen, das wollt ihr ja von mir wissen, sei es jetzt die 1064, Playstation, PSP und so weiter und so fort, ob das auch mit dem Gerät hier funktioniert. Und eins vorneweg, Leute, hier neben auf der einen Speicherkarte sind ja die Spiele drauf, die mitgeliefert werden. Also mir ist nicht bekannt, dass die Geräte ohne Spiele kommen, aber das ist auch nicht schlimm. Ihr könnt tatsächlich einfach hingehen und könnt ihr einfach formatieren oder könnt tatsächlich hingehen, die ganzen Games rauslöschen und dann eure selbst gedammten Games sozusagen, also Sicherungskopien, könnt ihr dann da reinkopieren und könnt dann eure eigenen Games benutzen. Ihr seid nicht gebunden. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich alles, um den S36S updaten zu können an das Betriebssystem? Wir brauchen logischerweise einen Micro-SD-Karten-Reader, den wir benutzen können für den PC und wir brauchen natürlich eine Micro-SD-Karte, also eine Speicherkarte mit 32 GB. Vorzugsweise ist es natürlich eine Markenqualität oder ihr nehmt halt einfach die mitgelieferte, ja. Das müsst ihr dann selbst entscheiden, was ihr da gerne machen möchtet. Das braucht ihr als erstes mal. Eventuell, wenn ihr später upgraden wollt über das Wi-Fi, braucht ihr natürlich noch so einen OTG-Adapter mit Typ C, den gibt es auch überall zu kaufen und ihr braucht noch so einen WLAN-Dongle. Da müsst ihr mal ausprobieren, was für einen WLAN ihr zu Hause habt, was für Netze habt, wer damit funktioniert. Das könnt ihr dann einfach dann am Ende hier unten einstecken. Das zeige ich euch später aber auch nochmal, wie das genau dann funktioniert und dann könnt ihr das über Wi-Fi updaten, wenn ihr das Betriebssystem soweit auf der neuesten Version habt. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch, um das alles durchführen zu können? Wir brauchen erstmal 7-Zip, damit wir die Image-Datei entpacken können, die wir später flashen wollen. Dann brauchen wir Rufus, das ist das Flash-Programm, damit wird es dann alles geflasht. Und wir brauchen Minitool-Partitions-Wizard, um später die Boot-Datei bzw. die Boot-Partition sichtbar zu machen, damit wir diese kleine Datei, die ich euch gleich zeigen werde, diese hier, dass wir die auf dem Bootstick kopieren können, damit das Betriebssystem auch starten kann und dass ihr nicht so einen Fehler habt, wie ich euch am Anfang gezeigt habe. Dann brauchen wir logischerweise noch das Betriebssystem, das ist das hier. Das werde ich euch auch noch verlinken, das könnt ihr dann auch runterladen und dann einfach installieren. Das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber der Rest wird dann per Wi-Fi geupdatet. Das funktioniert oder sollte ohne Probleme funktionieren. So, jetzt nochmal ganz kurz dazu. Die ganzen Programme hier, die sind alle kostenlos, also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das hier ist kostenlos, Rufus ist kostenlos, ein Minitool-Partitions-Wizard ist auch kostenlos. Ja, Leute, wir haben jetzt alles soweit vorbereitet. Wir haben alle Dateien, die wir brauchen, wir haben alle Programme, die wir brauchen. Dann packen wir erstmal die Micro-SD-Karte in das System, damit wir sie gleich mit dem Rufus hier flashen können. Dann müssen wir hier noch die Datei entpacken, also das Arcus muss entpackt werden. Das sind ca. 8 GB, das dauert ein bisschen. Und danach liegt die hier im System bzw. hier frei verfügbar, dass wir die dann mit dem Rufus flashen können. Dann haben wir hier noch diese Extra-Datei, die ich euch vorhin gesagt habe. Die brauchen wir, wenn wir das System frisch geflasht haben bzw. wenn wir dann den Stick erstellt haben, dass das System dann auch starten kann. Oder in dem Fall zum Beispiel, wie es bei mir war, über das Wi-Fi-Update, könnt ihr einfach die bestehende Micro-SD-Karte einlegen und kopiert die Datei wieder drüber. Und dann sollte auch dieser Stick, also die Micro-SD-Karte dann wieder starten, das Betriebssystem. Das geht für beide sozusagen. Also würde ich jetzt sagen, legen wir einfach mal los. Ich habe die Micro-SD-Karte schon drin. Und wundert euch nicht, falls ihr das mal so manuell machen wollt und legt zum Beispiel die Micro-SD-Karte hier ein. Noch so als kleiner Hinweis, kann es sein, dass hier so eine Fehlermeldung kommt, dass ihr das System doch überprüfen sollt. Das könnt ihr dann auf jeden Fall machen. Ist zwar nicht nötig, aber macht es halt, dann ist die Meldung weg. Und dann könnt ihr weitermachen. So, wir wählen erstmal unseren Bootstick hier aus, beziehungsweise unsere Micro-SD-Karte. Damit wir auch Bescheid wissen, dass es auch richtig ausgewählt worden ist. Ich habe ja nur eins hier im System. Seid euch gewiss, dass die ganzen Daten hier dann gelöscht werden. Also falls ihr noch irgendwas drauf habt, was ihr behalten wollt, würde ich euch anraten, dass ihr das dann noch vorhin runterkopiert. Und wie gesagt, dass ihr auch die richtige Karte hier auswählt. Nachdem wir das hier gemacht haben, müssen wir hier gar nichts mehr machen. Wir gehen hier nur auf Auswählen, suchen uns logischerweise hier nur unseren Ordner, wählen das ArcOS-System hier aus. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann können wir hier auf Start drücken. Dann werden wir nochmal gefragt, ob wir das auch machen wollen. Dann drücken wir hier auf OK. Dann fängt es hier an, durchzulaufen. Das dauert dann eine Weile, je nachdem, wie schnell eure Micro-SD-Karte ist. Und wenn es dann fertig ist, könnt ihr das dann im Endeffekt wieder zumachen. Dann habt ihr das soweit schon erledigt. Dann ist im Prinzip euer Bootstick fertig. Jetzt ist die Sache aber, wenn ihr auch versucht, auf einen Bootstick zuzugreifen. Bei mir zum Beispiel hier funktioniert das. Es kann aber auch sein, dass es bei euch hier gar nicht funktioniert. Das ist immer so ein Thema für sich. Dann müsst ihr den Part mit dem Partitions-Wizard machen, damit ihr diese Partition hier im Endeffekt seht. Und dass ihr auch die Datei, die wir dann im Endeffekt hier auch brauchen, hier reinkopieren könnt. Also diese hier. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt nehmen wir diese Datei hier. Gehen wieder auf den Stick. Und fügen diese Datei hier einfach ein. Und jetzt setzen diese im Ziel, die hier schon drauf ist. Somit ist unser Bootstick, also beziehungsweise die Micro-SD-Karte soweit fertig. Und wir können sie in den R36S einstecken. Und können unser System starten. Sollte auch funktionieren. Und danach kommt dann sozusagen das Wi-Fi-Update, das ich euch jetzt gleich noch zeigen werde, wie dies genau funktioniert. Und danach seid ihr auch ready to go auf der neuesten Version. So, jetzt zeige ich euch noch schnell, was ihr machen müsst, wenn ihr die Micro-SD-Karte, also das Bootlaufwerk, im Endeffekt hier nicht seht. Ja, wenn das nicht so ist wie bei mir, dass es direkt eingestellt ist. Und dann geht ihr einfach in den Partitionsmanager rein. Sucht euer Laufwerk USB aus. Hier die Bootart, also quasi die Bootpartition. Macht hier Rechtsklick drauf und macht dann Partition einblenden. Und gebt der Partition einfach irgendeinen Buchstaben. Macht hier OK. Dann ist die Partition hier wieder eingeblendet. Und dann könnt ihr das logischerweise alles übernehmen machen, dass ihr das auch macht. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann seht ihr die Partition im Endeffekt so wie bei mir und könnt darauf zugreifen. Und dann habt ihr auch keine Probleme mehr, dass ihr da irgendwie die Datei nicht kopiert könnt, die ihr braucht, um das System zu starten. Und das passiert jetzt, Leute, wenn ihr das Betriebssystem das erste Mal startet. Der macht hier erstmal ein paar Sachen, formatiert alles Mögliche und kopiert irgendwelche Dateien. Also nicht wundern, das dauert eine Weile. Lasst es auch durchlaufen, nicht unterbrechen, damit euer System im Endeffekt dann starten kann. Wie gesagt, das kann ruhig mal ein paar Minuten dauern. Es kommt halt auch auf das System drauf an, wie schnell eure MikroSD-Karte ist. Und wie ihr seht, ist es dann im Endeffekt quasi, dass ihr dann selbst neu startet. Und dass ihr die ganzen Partitionen, die ihr halt braucht, in die gewissen Formate hier macht. Und dann ist er im Endeffekt auch fertig und startet direkt durch. So, Leute, ich zeige euch heute, wie ihr den R36S hier ganz easy peasy über Wi-Fi, also über WLAN updaten könnt. Ohne, dass ihr hier ständig die MikroSD-Karte rein und raus machen müsst, müsst ihr das wieder flashen. Das erste, was ihr braucht, ist logischerweise so ein Typ-C OTG-Kabel mit einem WLAN-Dongel. Müsst ihr mal gucken, also die meisten funktionieren. Ich habe hier auch einfach meinen genommen, also der hat auch keine Probleme gehabt hier. Einfach eingesteckt und dann wird er auch erkannt, beziehungsweise das seht ihr erst, wenn ihr hier in die Options reingeht. Da geht ihr mal rein, da geht ihr auf Wi-Fi und dann seht ihr das Menü hier. Und hier könnt ihr verschiedene Sachen auswählen. Wir brauchen aber das erste, dass wir quasi connecten müssen. Und jetzt checkt ihr erst mal, was alles in der Umgebung an WLAN verfügbar ist. Das meistens ist es so, dass logischerweise das stärkste, was als erstes angezeigt ist, also sollte eigentlich so sein, dass es eures ist. Da könnt ihr dann einfach auf OK klicken. Dann gebt ihr hier euer WLAN-Passwort ein. Das verbindet er sich. Das dauert immer einen kleinen Augenblick, je nachdem. Und dann könnt ihr hier rausgehen. Und dann ist das soweit alles eingestellt. Und dann geht ihr einfach nur noch auf Update. Dann geht hier das Fenster erst mal auf. Das dauert einen kleinen Augenblick. Jetzt wird ihr erst mal checken, ob es denn überhaupt ein Update gibt. Und wenn es hier ein Update gibt, wird hier was durchlaufen. Das dauert eine längere Zeit. Das solltet ihr nicht unterbrechen. Falls es abbrechen sollte mit dem Update, geht ihr einfach wieder rein. Macht wieder Update und wieder Update. So war es bei mir gewesen, bei den ersten paar Mal, da ich kein super tolles Internet hier habe. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann ist er irgendwann durchgelaufen und dann war er auch fertig. Auch wenn es zwischendrin abgebrochen hat oder so, war jetzt kein Weltuntergang. Also das ging eigentlich ohne Probleme. Ich habe schon gedacht, dass er da vielleicht irgendwie das System zerschießt, aber das hat er tatsächlich nicht gemacht. So, nach einer längeren Wartenzeit zeigt er hier an, dass es ein Update verfügbar ist. Ob wir es updaten wollen, ob wir da auch nochmal sicher gehen wollen. Und dann drücken wir hier logischerweise auf OK. Und jetzt sagt er, wir sollen nochmal hier OK eintippen. Das machen wir auch. Jetzt tippen wir nochmal OK ein, dass ihr auch sicher seid. Nochmal OK. Und jetzt fängt er an. Jetzt läuft er hier durch. Wie gesagt, das wird eine längere Zeit dauern. Hier sieht man dann den Fortschritt im Endeffekt, wie groß das Update ist. Und wie lange, ja, wie gesagt, das halt dauert. Bei mir ist es halt jetzt so, dass es halt wahrscheinlich länger dauert. Wie gesagt, ich habe hier nicht das beste Internet. Und dann sieht man auch, was für ein ArcOS herunterlädt vom 27.01.2024. Ja, und das läuft jetzt erstmal. Also das heißt, es dauert jetzt erstmal ein bisschen. Und ich werde es jetzt gleich für euch kappen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht es dann im Endeffekt aus, wenn ein Fehler aufgetreten ist quasi. Und ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wir dringen hier auf OK. Dann gehen wir wieder auf Update. Und dann fängt er wieder von vorne an. Erstmal wird es jetzt wieder gecheckt. Es dauert einen kleinen Augenblick. Das werde ich für euch skippen. Wenn es dann soweit fertig ist, dann wird er wieder anfangen, hier das Update zu laden. Und die Bestätigung wird er auch wieder haben wollen. Und dann zieht er das weiter durch. Ja, Leute, wir sind hier am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial, damit ihr euren R36s updaten könnt, ohne Probleme. Wenn ihr irgendwelche speziellen Spiele sehen wollt oder sonst irgendwas für das nächste Video, lasst mich das gerne wissen. Packt es mir unten rein in die Kommentare. Oder auch einen anderen Handheld oder sonst irgendwas. Lasst mich das auch gerne wissen. Und ihr könnt mir auch gerne helfen, indem ihr gerne mal ein Like da lasst. Wie gesagt, ein Kommentar und ein Abo. Wäre auf jeden Fall sehr cool von euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Haut da rein. Bis denn. Ciao. Abonniertetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet